Unter den wachsamen Augen des Paragons von Orsamar, zum Gedenken an König Endrin. Als erstes Suan von der Kriegerkaste. Er hat Geschichte geschrieben, als er mit zwölf Jahren seinen Vater in diesem Ring hier besiegt hat. Heute tritt er für den Kronprinzen Belen gegen ein Mitglied der berühmten grauen Wächter an. Im Namen des Hauses Eduken und unseres zukünftigen Königs Belen. Wer zuerst zu Boden geht, verliert! Kämpft! Wer zuerst zu Boden geht, verliert! Das ist kein Problem! Ja? Ah! Jaaah! Deming over for our others! Oh, Ninde! Kena! Sieger ist der Graue Wächter!